Hallo meine Lieben, wir sind zurück mit Tom Clancy's Ghost Recon Phantom, Ghost Raccoon, Phantom und einem neuen Match. Wir, das bin ich, der Kaspar und der Bob. Hallo Bob. Hallo Kaspar. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, wir sind schon drinnen, wir haben schon ein Match. Ja, Tomsk oder Attika? Ich bin für Attika. Äh, äh, Tomsk. Nein, 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 nicht Tomsk, nicht Tomsk. Das ist scheiße, Tomsk ist kacke. Ah, schade, ist Tomsk geworden. Shit, ich mag Tomsk nicht. Ich mag Attika nicht so, auf Attika gibt es einfach keine vernünftigen Sniperpositionen. Man braucht auf Attika keine Sniperpositionen, man hat schließlich nur eine einzige Position zu halten. Ja, aber da ich ein Sniper spiele, mag ich lieber Tomsk, weil da gibt es Sniperpositionen. Ja. Na gut, muss ich mich jetzt wohl mit abfinden. Außerdem, für die Zuschauer ist der Vorteil, Tomsk dauert potenziell länger. Ja, potenziell. Zeigt es aber auch, dass wir echt schlecht sind. Also schneller. Stimmt, ja, das stimmt. Aber das macht es ja umso witziger. Wobei, ich fand ja in der ersten Folge haben wir echt, war ja grandios. Ja, doch, wir haben echt gut gerockt. Also wir hatten aber auch ein gutes Team, muss man einfach mal sagen. Ja. So, durch bis zur Startposition und Lauf. Da gibt es schlechtere Momente. Ich bin leider noch nicht drin. Ja, ich schon. Es wäre katastrophal, wenn feindliche Kräfte waffenfähiges Material aus dieser Aufbereitungsanlage stehlen würden. Ihre Befehle lauten, den Feind zurückschlagen und die Anlage sichern. Da gibt es auch noch einen Text. Ja, ja. Das hast du nie gelesen. Erobern. Tomsk. Tomsk. Und unten gibt es noch so Tipps. Das Scangerät des Recones spürt Gegner in einem schmalen Bereich auf und enthüllt allen ihre Positionen. Ah, ich renne einfach mal bis A durch. Ich bin gleich da. Wir haben nur 20 Sekunden Zeit. Ich bin jetzt schon hinter dem eigentlichen Spawnpunkt, wo die jetzt normalerweise spawnen. So, ich bin einmal durchgerannt bis A. Go, Bob. Go, Bob. Go, Bob. Einmal bis hinten durchgerannt. Yippie. Go, Bob. Noch 9 Sekunden Zeit. Ich bin noch nicht mal drin. Ehrlich nicht? Nee, ich habe jetzt nicht drin. Das Match startet in 0 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin einmal die kompletten Spawnpunkte abgerannt. Ich habe es auch alle geschafft, tatsächlich. Ich hätte mich heilen sollen. Ja, das stimmt. Wir hätten unsere Rüstung heilen sollen. Ja, unsere Rüstung, genau. Weil jetzt haben wir nämlich dann weniger TP. Jo. Exakt. Verdammt. Ja, auch so ein Punkt, was dieses Spiel von anderen Shootern unterscheidet. Die angelegten Rüstungen müssen repariert werden. Haha, first, erster Abschuss. Ta-da-da-da-da. Die müssen repariert werden, denn sonst... Über kurz oder lang müssen sie repariert werden. Oh, da sitzt doch einer oben am Fenster. Ja, und da sitzt einer dahinter. Da sitzen jetzt zwei am Fenster. Nee, einer, okay. Wow, habe ich da ihn gesehen? Kam da gerade einer rum? Scheiße, ich glaube, ich habe... Das war dumm. Ich habe nicht gezeigt. So ein Mist. So. Tja. Das war dumm. Ich erwische ihn. Nein! Der kommt von der anderen Seite. Nein, 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 der kommt von der anderen Seite. Ich kann ihn von hier oben nicht treffen. Und ich habe auch ziemlich low Hells im Moment. Nur 32. Ah, jetzt sitzt hier oben noch einer. Oder auch nicht mehr. Oh, man. Wow, fuck. Oh, shit. Kacke. Ich habe nicht mal Schaden gemacht. Da ist jetzt auf jeden Fall einer hier und hat, glaube ich, zwei von uns erwischt. Oh, shit. Wo kam der denn her? Der kam plötzlich von der Seite, der Sack. So, mein Freund. Wenn du schon auf mich schießt, dann musst du mich auch treffen. Ansonsten schieße ich dir halt in den Kopf. Ah, war nicht in den Kopf, aber gut. Okay, C haben wir. Jetzt. So. Charlie, secure. Sehr gut. Der war nur ins Bein, schade. Oh. Wo saß der? Wo saß der? Ah, da oben sitzt einer drauf. Auf dem... Ja, die sehe ich von hier aus leider nicht. Wenn man in den Gang reinguckt, sitzt da einer drauf. Nicht. Killp. So, oben am Fenster sitzt jetzt einer. Den gucke ich mal, ob ich den erwische. Wir verlieren gerade C. Ja. Ja, Galitsch. Links über den Gang kommt einer. Über welchen Gang? Ja, über den normalen Gang. Oben am Fenster sitzt auch einer. Sitzt der noch da oben, oder ist der weg? Er ist im Moment geduckt. Ich kann aber nicht sagen, ob der da noch sitzt. Kein... So, wir sind hier zu dritt. Wir brauchen noch einen. Sieht doch gut aus. Securing Charlie. Also ich befürchte, der oben sitzt nicht mehr. Aber keine Garantie. Er ist zumindest jetzt eine ganze Zeit nicht mehr hochgekommen mit dem Kopf. Ich hoffe, die kommen nicht über links außen. Das könnte nämlich auch sein. Ja, könnte sein. Ich gehe da einfach mal gucken. Hier ist keiner? Ja, hier ist keiner. Ich bin hinter dir. Sitzt da noch da oben einer? Achtung, zwei im Gang. Und... Granate, Granate, Granate. Hoho. Bastard. Da sitzen nicht nur zwei, da sitzen gerade nur vier. Und ich glaube, einer versucht uns rechts zu überlaufen. Shit, ich bin tot. Ich habe es gesehen. Du bist unbefügt. Mist. Ich habe noch... Ah, Kacke. Hast du noch erwischt, oder was? Nee, tot ist er nicht. Aber zumindest habe ich Schaden gemacht. Okay. Misttype. Aber die sitzen da zu viert übereinander. Dreckige Kacke. Nein, wir verlieren schon wieder Charlie. Ich stehe auf Charlie, aber ich sehe auch niemanden. Ja, du bist aber auch der Einzige, der auf Charlie steht. Jetzt nicht mehr. Die Frage ist, wo die sind. Dann können die eigentlich nur auf der linken Seite sein. Oder hier um die Ecke. Auf der rechten... Hier nicht. Da steht einer hinten. Oh, hier. Hier ist einer. Ah, verdammt. Die können oben drauf liegen. Der steht ganz rechts hinten in der Ecke. Ganz rechts in der Ecke? Ja. Ganz rechts in der Ecke. Ah, wo? Kommt jetzt rum, über die rechte Seite. Ah, ja. Da ist gerade einer mit dem Schild los. Kollege, wenn du ein Schild hast, ne? Da brauchst du dich nicht genug bewegen. Wow. Wow, 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 wow. Fuck. Ich glaube, ich bin von hinten erschossen worden. Ja, da ist einer rumgelaufen. Der Großharzige. Oder so. Ah, nee. Großherzige. Großharzige. Okay, es war der Großherzige. Der Großharzige. Der ist natürlich... Mein Gott, wieso ist Gamma denn so umkämpft? Kinders. Du meinst Gamma... Äh, Charlie. Charlie. Ah, die... Da müssen immer noch zwei irgendwo sein. Ja, ich bin gerade... Ah, da sitzt einer. Einer sitzt da. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, der will mich auch sehen. Äh, der sitzt quasi ganz rechts. In der Ecke, ne? Ja, kann ich von hier aus nichts machen. Ich bin oben auf Sniperposition. Oh, shit. Habe ich ihn erwischt? Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Ah, kacke. Nein, ich bin schon wieder von hinten abgeschossen. Mann! Wieder vom Großharzigen. Ja! Warum deckt ihr mich denn nicht von hinten, Mensch? Ah! Da sitzen schon wieder zwei irgendwo. Jetzt sollen wir nochmal wieder gucken gehen hier. Ja, losing, losing, losing gerade hier. Sah doch gerade noch gut aus, Mensch. Ja, verloren. Fuck. Also auf der linken Seite ist clear. Von rechts kamen auf jeden Fall welche. So nicht, mein Freund. Du musst mich schon umbringen, wenn du auf mich schießt. Sitzt drauf. Ja, ich auch. Ich sitze links von dir hinter den Röhren. Ja, guck mal, ob da nicht von da was kommt. Bis jetzt. Hier sitzt immer noch jemand hinter der komischen Kiste. Oh, hier, von hier kommen ganz viele. Also hier ist clear. Links ist clear. Oh, hier ist ein Geist. Ja. Über das Zentrum kommt auch einer. Nee, von rechts, von rechts, von rechts. Ja, danke. Der ist kaputt. Oh, 2 zu 6 Tode, ey. Scheiße. Und wir fangen von weiter hinten. 4 zu 2. Ah, da ist einer. Guck mal, ob ich den kriege. Wir fangen von weiter hinten an. So ein Mist. So ein Mist. Uh, oh, oh, Granate. Ah, fuck. Ich habe sie noch gesehen, die Granate. Shit. Aber der war gut geworfen. Muss man ihm einfach mal lassen. Ja, toll. Super. Jetzt lobt auch noch die anderen. Ja, der hat die Granate, hat der mir quasi voll in die Fresse geholt. Boah, da sitzt oben einer. Oben sitzt einer. Also man muss das ja auch mal anerkennen, wenn Leute gut spielen. Das ist doch okay. Das ist doch scheiße, dass wir verlieren. Und mich ärgert das auch, aber das war trotzdem gut. Also, ja, muss man einfach mal so sagen. Das ist ja auch kein Drama. Das kann man einfach auch mal zugeben. Ja, wir verlieren Charly. Ich bin auf der linken Seite. Hier ist alles clear. Gut. Dann kommen sie wahrscheinlich schon wieder vor. Sitz jetzt auf. Oh, warum hat mich der denn nicht erwischt, Mann? Hinter den Röhren. Die kommen von rechts. Drei Stück. Oh, drei. Er ist natürlich hart. Ah ja, ich sehe sie. Naht und werfen die da mal hin. Zack. Bumm. Zack. Wie viele? Also ich habe einen auf jeden Fall. Und... Aber wir verlieren trotzdem Charly. Ich sitze auf Charly und da sitzt noch einer auf... Also noch zwei auf Charly, wo die Sinnweise allerdings nicht... Also bei einem weiß ich es, wo der andere ist, weiß ich aber nicht. Oh, ich bin gescannt worden. Ich bin drauf. Oh, da sitzt einer. Oh, shit. Ey, ich kriege gerade richtig auf den Sack. Scheiße. Da kommt übers Zentrum einer mit einem Schild. Der geht jetzt wahrscheinlich links rum. Ja, habe ich mir gedacht. Ähm, wenn man reinkommt in den Raum, an diesen Reaktor, sitzt direkt rechts einer. Mh, der Großherzige sitzt da und hat mich auch gekillt. Mit Schild, da machst du nix. Ne, Schild ist doof. Schild ist eine ganz witzige Fähigkeit, wenn man es selber hat. Obwohl ich es nicht kontrollieren kann, weil mir das zu schnell ist. Leute, wir können doch jetzt hier nicht rumsitzen und warten. Wir müssen doch pushen. Anders geht's doch nicht. Ja, genau. Kommt in die Pushen. Ich bin schon wieder tot. Waaah, Mann. Jetzt ist aber langsam mal gut, ey. Leck mich. Neun zu zwei. Das gibt's ja gar nicht. Was ist der denn hier so? Ja, so. Ah, jetzt weiß ich, warum der da sitzt. Zack. Erstmal voll genug. Jetzt ist meine Statistik auch wieder ausgeglichen. Fünf, fünf. Und ich habe so gut angefangen. Ich habe neun zu zwei momentan. Die Henne. Wobei die neun nicht zu meinen Gunsten ist. Ach. Die neun ist nicht zu deinem Gunsten. Ja, da ist natürlich nichts. Da sitzt einer oben auf dieser... Oh, toll. Schön. Lasst euch alle von dem abfricken. Der ist nicht ganz so schlecht. Da oben sitzt einer drauf. Wie komme ich an den Rand, verdammt? Jetzt sitzt er nicht mehr drauf. Hast du ihn erwischt, oder was? Ne, aber mein Nachbar hier. SSM333. Ja, ja, ich sehe ihn. Ich bin hinter dir an dem Fenster hoch. Wo war der denn? Der sitzt unten. Ja, toll. Fuck. Reck ihn. Na. Aber das war laut. Das ist am Mikro. Da oben am Fenster sitzt einer. Wir spawnen immer noch hinten. Fick doch die Henne. Das gibt es doch gar nicht. Ja, Freunde. Ja, Freunde, jetzt wisst ihr, warum das Ganze Noobs and Guns heißt. Wir sind definitiv nicht die Guns, eher die Noobs. Ach, so schlimm ist jetzt auch noch nicht. Ach. Natürlich, ist genau so schlimm ist das. Scheiße, ich kann ihn nicht rumgucken. Ist der da? Aber wir haben noch anderthalb Minuten, um zumindest mal Charlie wieder zurückzuholen. Okay, wer hat den geworfen? Keine Ahnung, ich nicht. Oh, der ist kaputt. Nein, der ist nicht kaputt. Der sitzt genau da hinter den beiden Röhren. Pass auf. Ja. Ciao. Ich dachte, der sei kaputt. War er leider nicht. Kacke. Von hinten. Von hinten. Hinter dir. Der läuft durch. Hinten. Ich bin, äh... Dann kommt er dir jetzt entgegen. Also, pass auf. Von wo? Geradeaus. Ich bin noch am Spawnpunkt zurück. Wow. Wo ist der? Jetzt ist er tot. Ja. Der ist jetzt am Fenster. Bastard. Habe ich doch gesagt von hinten. Ja. Wir haben nur 30 Sekunden, 20 Sekunden. Ist vorbei. Ja, ich lasse mich nochmal abschießen. Bin ja auch erst bei 11 Toten. Toten, nicht Toten. Leider. Scheiße. Fuck, es sah am Anfang so gut aus. Mann. Ah. So, noch einen Abschluss habe ich gekriegt. Das scheint ja... Verlängerung. Ja, wir sind aber auch... Wir sind im Erobern. Ja. Mit vier Leuten. Fünf. Wow. Krass. Dann... Rein, 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 rein. Scheiß drauf. Wir kriegen jetzt wieder. Kacke. Da oben sitzt einer. Der sitzt... Oha. Komm schon. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ich hab ihn erledigt. Nein, da sitzt noch einer. Am Fenster. Scheiße, wir müssen da rein. Ah, fuck. Ah, ich hab ihn doch gesehen. Mann, ey. Wie konnte das denn... Ach, ey. Egal. Scheiß drauf. Nächste Runde. Ah. Mann, ey. Das sind nur alle schwer. Zwei über die linke Seite. Na toll. Drei. Fünf. Zwölf. Achtzehn. Nee, so viel nicht. Aber drei oder vier über die linke Seite. Sind auch durch. Ach ja, ich tach alles eine Scheiße. Man könnte meinen, dass ich mich aufrege. Aber man könnte das auch nur meinen. Denn eigentlich bin ich ganz ruhig. Ich bin die Ruhe selber. Boah, leck mich. Ah ja, lass mich doch noch einfach über den Haufen schießen, ey. Boah. Fuck you all. Fuck you all ganz hart. Da. Komm, nächste Runde. Ja, ist vorbei. Sechs zu acht. Ja, sechs Getötungen und achtmal wurde ich getötet. Yippie. Scheiße. Ich wurde dreizehnmal getötet. Ah, ist das herrlich für den Arsch. Hab aber nur fünf eliminiert. Ja, echt herrlich für den Arsch, genau. Ist das herrlich für den Arsch. Scheiße. Das ist der Grund, weswegen ich Toms nicht mag. Oh, und weil ich es nicht mal schaffe, die Treppe hochzulaufen. Oh, ja. Ach ja, eigentlich mag ich Toms. Wenn man dominiert, ist das eine sehr geile Karte. Tun wir aber nicht. Ja, wenn man nicht dominiert, ist das eine scheiß Karte. Warum ist das hier so dunkel? Weitere nicht. Da steht doch einer. Oben am Fenster ist einer. Zwei. Einer. Mist. Und ich bin tot. Mist. Wie kann der mich sehen? Ich hatte ein Schild an. Zwei oben am Fenster. Man glitzert dann so ein bisschen. Ja, aber... Aber nicht komplett eigentlich. Oh, ich hab nicht mal einen einzigen Scheiß-Schadenspunkt gemacht. Oh, echt. Zwei oben am Fenster. Immer noch. Da komm ich auch nicht dran. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist denn das so dunkel auf einmal hier? Okay. Ich hab irgendwas getroffen. Ich hab einfach mal blind geballert. Ich halte einfach nur blind auf das Scheiß-Fenster drauf. Mist. Der sitzt in der rechten Ecke von dem Fenster. Egal. Schön weiter draufhalten. So, 93%. 96%. Gesichert. Gesichert. Gucken, ob wir diesmal vielleicht ein bisschen weiterkommen. Der hängt da immer noch. Im Fenster? Über die Zentrum kommen zwei, beziehungsweise einer geht nach oben. Zwei jetzt oben am Fenster. 45 Headshot, aber leider nicht tot. Oh, jetzt stirbt endlich, Mann. Oh. Das ist eine Scheiße. Hm. Na, endlich. Ich glaube, das Fenster ist clear. Du glaubst es und auf C sitzt irgendjemand hier. Wo sitzen die? Ich seh sie jetzt zur Zeit nicht. Ja, wahrscheinlich wieder rechts oder links irgendwo in den Ecken. Jetzt ist keiner mehr da. Okay. Fenster müsste clear sein. Ich seh zumindest keinen mehr. Hm. Hm. Achtung, ist einer auf dem Weg nach oben. Zum Fenster. Zu welchem Fenster? Zu dem oben rechts. Zu dem wo immer. Oh, ich bin so schlecht. Fuck. Ich hab ihn eher... Ich hab ihn gesehen, bevor er mich gesehen hat. Und trotzdem tötet er mich. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ich brauch einen... Ich brauch echt mal einen Shooter, wo es drauf ankommt, Button zu smashen. Mehr nicht. Das ist ja langweilig. Hier sind schon wieder ganz viele auf Charlie. Ja, aber wo? Ganz hinten drin. Hinten rechts, oder was? Oh ja, ich seh sie. Der war unsichtbar. Leck mich. Direkt, äh, wenn man reinkommt in diesen Raum. Ja, 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 ja. Ich seh's. Ich, äh, kann sie nur nicht erwischen von meiner Position aus. Ist tot. Aber... Da sitzen auch welche auf B. Wo sind die denn? Ja, B ist erstmal... Wobei einer von uns sitzt da. Aber das macht nichts, weil wir müssen erstmal C clear. Ich bin gerade dabei. Fuck. Im gleichen Moment, wo ich den töte, tötet er mich. Ah, tötet mich ein anderer. Scheiße. Äh, 5-2. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh, jetzt stirbt endlich. Oh. Boah, echt, ey. Mann. Kann doch nicht jedes verfickte Duell verlieren, ey. Boah, ist das nervig. Ist das übel. Hallo, C erobern. Ja, danke. C, C, C. B ist erstmal wurscht. Hauptsache, wir haben C wieder. Ah, schön, dass ihr da oben liegt. Ausgezeichnet. Losing Bravo. Ja, ist mir eh auch egal. Bravo ist jetzt clear. Au, 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 au. Der war nicht schlecht. Ich hab die Granate kommen sehen. Drei mit einer Granate. Bei uns? Ja, der hat drei mit einer Granate gekillt, der Typ. Also, muss man ihm lassen. Das war, ja, leider war ich dabei bei den gekillten. Boah, war das einer von uns oder war das ein Gegner? Was? Dieser Unsichtbare, der hier gerade rumlief. Ich würde sagen, es war... Wenn das einer von uns ist, dann wird der so blau angezeigt. Boah, scheiße. Fuck you all. Mann. Boah, der Skip ist gut. Bei der linke Seite kommen die. Ja, müssen schon wieder Cs clear. Ja, bravo sind auch schon zwei. Wo sind die denn? Ich hab ihn erwischt. Aber ich hab sie nicht alle erwischt. Skillp hab ich erwischt. Gut. Und den anderen leider nicht. Charlie lost. Scheiße. Ey, es sah schon wieder so aus, als würden wir es irgendwie packen. Was ist denn das? Gibt's doch nicht. Und das, obwohl das andere Team 2 ja jetzt nur noch einen Spieler weniger hat. Vorsicht, über das Zentrum 2. 2 über das Zentrum. Na, den einen hab ich erwischt. Aber den müssen... Es sitzt im Moment auch keiner auf C. Hab ich doch... Ja. Der saß nicht auf... Hallo? Da unten im Gang steht einer und der lässt den nach hier oben durchkommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Topito, oder wie auch immer du heißt. Du musst ihn jetzt schon mal umbringen, wenn er nach oben läuft. Es war schon wieder irgendein Unsichtbarer hier. Nee, doch nicht. Der saß auf der Treppe. Da sitzt einer auf der Treppe. Ja. Und der ist gerade bis nach oben durchgestürmt. An dem Typen vorbei, der da unten sitzt. Gibt's doch gar nicht. Ja, der war unsichtbar. Also einer ist auf jeden Fall gerade irgendwie ein Unsichtbarer an uns vorbeigelaufen. Hab ich gerade gesehen. Ja, also es gibt auf jeden Fall Stealth-Mode, ja. Und Sichtbarkeits-Modus. Tolle Sache. Boah, das gibt's... Hier laufen Blinde durch die Gegend. Ehrlich. Ernsthaft. Es ist irgendwie auch sehr dunkel gerade. Ich muss das... Wow. Da sitzt oben einer auf der Truhe. Wir sitzen auf der linken Seite auch. Das ist, ähm... Ja. Ziemlich Chaos. Unser Team ist sehr wenig aufmerksam. Ja, da sitzt oben einer im Fenster. Aber ich hab keinen Sniper. Oh, da sitzen zwei. Und einer liegt auf der Truhe. Ja, Problem ist, ich komm jetzt nicht durch. Ich muss erstmal die Seite hier clear. Und sonst komm ich da nicht durch. Ich bin schon wieder tot. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Losing Charlie. Losing Charlie, ja, danke. Das heißt hier Losing Charlie. Es war gerade schon Losing Delta angezeigt. Oh, da bist du. Ich hab dich gesehen. Was? Wo? 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 Da sitzen die immer noch da oben. Oh, Mann. Körs. Och, Mensch. Zwei über die linke Seite. Äh, zwei durchs Zentrum. Was ist denn das? Ja, danke. Oh, ich hab's gerade noch gesagt. Scheiße. Mann, ey. Ja, genau. Mann, ey. Hier stehen einige von uns dann einfach auch nur blöd in der Gegend rum. Da kriegt man mal zu Fieber soweit. Wir hatten's doch schon. Wir saßen doch schon auf C. Wir saßen sogar schon auf B. Da ist einer. Und da ist einer. Ach, da sitzt irgendwo einer. Ach, leck mich. Ich hab keinen Bock mehr. Scheiße. Mann, ey. Wo sitzt du? Oben im Fenster drin. Nee. Nee. Ich bin auf der linken Seite. Ich bin auf der linken Seite. Ich bin auf der linken Seite. Losing Delta. Na, super. Da, ich stehe dich. Bin da. Achtung, da ist mindestens einer. In zwei. Wo, 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 wo? Einfach gerade durch den Gang durch. Ja, jetzt von hinten. Wollt' ich gerade sagen. Da hat mich doch gerade immer von hinten abgeschossen. Ja. Sind so viele. Drei. Oh, Mann, ey. Irgendwer hat mich gerade auch von hinten abgeballert. Wollte ich gerade sagen. Hat nicht mal Schaden gemacht. Das macht jetzt echt dem Titel alle Ehre hier. Ja, ich meine, wir haben so ein gutes Einstiegsmatch gehabt. Da kann man ja... Ich bin also wirklich für jeden Tipp in diesem Genre dankbar. Wenn ihr mir irgendwas sagen könnt, schreibt es mir auf. Schickt mir eine Postkarte. Eine Postkarte vor allen Dingen. Der Großharzige, der ist hier echt... Der ist aggressiv, der Typ. Der geht mir hart auf die Eier. Mann, da. Ich bin so schlecht, ne? Und ich bin immer noch der Vierte in unserem Team. Das soll schon was heißen. Da, 30 Sekunden, dann ist die Scheiße, Gott sei Dank, vorbei. Mann, 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 Mann. Wie kann man nur so schlecht sein? So, einen Abschuss habe ich wenigstens noch bekommen. Ja, ist doch schon mal was. Bin zwar auch direkt gekillt worden, aber habe ich wenigstens drei Abschüsse. Guinness. I can see you. Warum hast du keine Granate? Fuck you. Meine Granaten sind alle. Ja, ist egal. Scheiße, ist vorbei. Ey, ich bin Vierter geworden und ich habe so schlecht gespielt. Das geht auf keine Kuhhaut. Kein Wunder, dass wir die Scheiße verloren haben. Mann, no. Ja, however. However. Scheiß drauf. Gut. So viel dazu. Was gibt es als Belohnung? Gibt es eine Belohnung? Eigentlich haben wir dafür keine Belohnung verdient für diese Scheiße. Nee, eigentlich nicht. Ähm. Brich mal oben ab. Äh, was? Abbrechen? Oben links einfach. Warte auf Server da auf das X klicken. Damit der kein neues Spiel startet. Ja, soweit bin ich noch nicht. So. Ach so. Kein neues Spiel starten. Ja. Naja, wenigstens Level 14 erreicht. Äh. Auch mal was. Ja, ja. Level 16. Ähm, wenn ihr uns haten wollt und so, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Hass-Kommentare. Wir warten drauf. Ja. Boah, ihr Kack-Nubs. Ihr könnt ja gar nichts. Wenn ihr mal gegen uns spielen wollt, schreibt es uns auch in die Kommentare. Wir werden es bestimmt ablehnen, weil wir es nicht können. Aber... Nee, ich glaube, ich würde schon... Community-Games sind immer witzig. Wenn ihr aber gegen uns spielen wollt, meldet euch, dann machen wir mal ein Community-Game. Ja, oder wir zocken mit euch und ihr pushen uns vielleicht so ein bisschen. Richtig. Ansonsten, hoffe ich, haben wir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Genau. Also, macht's gut. Bis dann.